Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, herzlich willkommen am vierten Winterkongress der digitalen Gesellschaft. Mein Name ist Elli und ich gehöre zum OK des Winterkongresses. Es freut mich, dass ich mit einer Handvoll Kolleginnen und Kollegen euch durch die Tage des Winterkongresses führen darf. Gerne hätten wir wie im letzten Jahr in der Roten Fabrik zusammengesessen. Gerne hätten wir den Vorträgen zugehört, uns ausgetauscht, debattiert und vernetzt. So vieles wie so vieles in den letzten zwölf Monaten muss aber auch der Winterkongress nun virtuell stattfinden. Das heisst noch mehr Screen Time und noch einer dieser digitalen Winterkongresse. Und dennoch haben wir fast so viele Personen heute vor Ort wie damals die Besucherinnen und Besucher in der Roten Fabrik waren. Schön, dass sich so viele Menschen für den Winterkongress und die Themen der digitalen Gesellschaft interessieren. Das zeigt uns, wie wichtig die Auseinandersetzung mit digitalen Grundrechten, Chancen und Risiken von neuen und etablierten Technologien sind. Mehr zur digitalen Gesellschaft gibt es übrigens heute um neun in der Lounge im grossen Rück- und Ausblick zehn Jahre digitaler Gesellschaft mit Kire und Paki. Wir produzieren mit einer kleinen Gruppe in Zürich die Streams und moderieren aus den dafür gebauten Studios in den Räumlichkeiten der Bitwäscherei und Share & Repair. Die Vortragenden werden alle über das Videokonferenz-Tool BigBlueButton zugeschaltet. So versuchen wir so wenig Mobilität wie möglich zu verursachen und dennoch ein stabiles Setup zu garantieren. Das Setup ist getestet. Es sollte alles funktionieren. Dennoch bitten wir um Verständnis, wenn es da und dort mal etwas ruckelt. Der primäre Zugang zum Winterkongress ist der per E-Mail versendete Link. Über die Lobby sind sämtliche weiterführenden Links zu den Streams, dem Chat, den Workshops, den Self-Organized Sessions zu finden. Über die öffentlich zugängliche Webseite sind nur die Streams verfügbar. Damit der Austausch auch an der virtuellen Durchführung des Winterkongresses nicht zu kurz kommt, haben wir eine 2D-Begegnungswelt basierend auf Work Adventure erstellt. Was es in den fünf verbundenen Welten alles zu entdecken gibt, wird in der Lobby kurz beschrieben. Aber am besten ist es einfach etwas herum zu spazieren und ungeniert in die Räume und die Häuser hinein zu treten. Treffen sich zwei Avatare geht eine Peer-to-Peer-Sprechblase für eine Videokonferenz auf, wo zwei bis vier Personen daran teilnehmen können. In verschiedenen Bereichen der Welt gibt es Jitsi-Videokonferenzen, die den Austausch von deutlich mehr Personen ermöglichen. Bitte verwendet, wenn immer möglich, ein Headset mit Mikrofon, um Rückkopplungen zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für die Welt von Kapsel.space. Die digitale Gesellschaft steht ein für Freiheitsrechte im digitalen Raum. Das betrifft auch das Recht am eigenen Bild. Wer Screenshots von Personen in der Winterkongresswelt macht und diese über Social Media teilen möchte, muss das Einverständnis von allen abgebildeten Personen einholen. Die digitale Gesellschaft stellt sich gegen jegliche Form von Diskriminierung. Wir dulden keine Form von Sexismus, Rassismus, Homo- und Transfeindlichkeit, weder in der realen noch in der virtuellen Welt. Sollten Menschen am Winterkongress Diskriminierung erfahren, bitten wir uns dies mitzuteilen. Zum Beispiel über den Infodesk. Be excellent to each other. Und nun zum Programm. Heute Abend werden immer zwei Veranstaltungen parallel in den Streams Lounge und Classroom durchgeführt. Zudem gibt es eine Self-Organized Session von Republic Domain. Diese beginnt um 8 Uhr. Wer Mühe hat, sich zu entscheiden, alle Streams werden aufgezeichnet und stehen im Verlauf der kommenden Wochen über media.ccc.de zur Verfügung. Die Self-Organized Sessions in den Jitsi-Räumen werden nicht aufgezeichnet. Wer also dabei sein will, sollte das besser live tun. Das Programm zu den Self-Organized Sessions findet ihr übrigens auch auf der Winterkongress-Webseite. Es hat weiterhin Platz. Wer gerne sein Wissen teilen möchte, darf gerne auch noch eine Self-Organized Session einfügen. Nach den Vorträgen und Workshops gibt es jeden Abend Musik auf dem Stream von kapsel.space. Heute Abend präsentiert von SGMK. Noch Fragen? Während den zwei Kongress-Tagen ist der Infodesk in der Winterkongresswelt die zentrale Anlaufstelle. Der Infodesk befindet sich gleich oberhalb des Ankunftsbereich der Winterkongresswelt, ist aber auch über die Jitsi-Videokonferenz, die verlinkt ist, auf der Webseite erreichbar. Nach einer kurzen Umbaupause geht es hier gleich weiter mit Viktor Kjörfi und der Überwachung in der Schweiz, Aktivitäten des NDB, Handhabe und Rechtsprechung. Der Stream vom Glassroom startet um 19.15 Uhr mit dem Vortrag Diskriminierende Algorithmen, eine technische oder eine soziale Frage von David Sommer und Linus Petermann. So, und nun wünsche ich Ihnen spannende und lehrreiche Winterkongress-Tage.